Hallo, ich bin Laura Vogt, Social Business Consultant bei der T-Systems Multimedia Solutions und Ansprechpartnerin für das Thema WalkMe. WalkMe ergänzt das klassische Tool-Training durch eine intelligenten Assistentin und geführte Touren, sogenannte Walkthroughs, die über Web-Anwendungen gelegt werden. Wie das aussehen kann, zeige ich euch jetzt. Wir sind auf der Startseite von Salesforce Lightning. Hier oben befindet sich mein WalkMe-Menü, in dem ich über eine Freiteg-Suche oder eine direkte Auswahl meine Navigationshilfe auswählen kann. Heute möchte ich einen neuen Account anlegen. Nun navigiert mich WalkMe intuitiv genau dorthin und hilft mir, die notwendigen Felder auszufüllen. Hier erkennt es sogar, ob die Felder richtig ausgefüllt sind oder gibt mir Hilfestellung, wie zum Beispiel beim Finden der Postleitzahl. WalkMe ermöglicht auch Prozesse mithilfe eines Chatbots, automatisiert ablaufen zu lassen. Dazu werden den Nutzer bereits hinterlegte Fragen gestellt. Die Antworten werden selbstständig von WalkMe in das vorgegebene Formular eingefügt und umgewandelt. WalkMe kann in alle Desktop- und Browser-basierten Anwendungen integriert werden. Durch die In-App-Beratung und die Automatisierung langwieriger Prozesse macht WalkMe den Nutzer effizienter und produktiver. Das senkt die Trainingskosten und erhöht die Nutzerzufriedenheit.